Hallo und herzlich willkommen zurück zu Holonade. Mir ist gerade auffällig, ich finde es geil, dass wir schon beim Boss sind und haben noch nicht mal die Karte. Das würde den Zelda nicht passieren. So. Oh, der hat halt auch gut Reichweite, es kommt Bienen. Oh, fuck. Oh. Speichern, äh, speichern, heilen, heilen, heilen. Oh, okay. Yeah. Noob. Noob. Natürlich sind hier Stacheln. Sparmblut. Mir nicht. Keine Fähigkeit. Also, okay. Nur was. Oh, ein Sockel. Zuhören. Mein Ritter, endlich bist du frei. Kleines Wesen, ich kenne deine Art. Wenn du versuchst, deine Vergangenheit zu entschlüsseln, wisse, ich bin die Königin, die du suchst. Es sind die bleichen Wesen, die die Schuld an deinem Schicksal tragen. Auch wenn dieser Schwamm innerhalb von Heilandnest existiert, so haben wir doch keinen Anteil an seinem Bestreben vorzudauern. Okay. Ja, ne, Map wäre halt geil, auch. So, was ist schwachem Blut? Jetzt gehen wir erstmal und da dann gucken. Schwammblut. Heilt die Wunden des Trägers mit der Zeit und ermöglicht so Wiederherstellung von Gesundheit ohne Fokussieren von Seelen. Ma. Ein Einser noch. Ah, fuck. Ich kann nur... Oh, wir brauchen unbedingt... Ich möchte ausprobieren, ob das irgendwie in irgendeiner Weise funktioniert mit dem anderen, das ich mir lieben habe. Ah. Ich greife mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr an. Ach so, weil ich jetzt zu denen gehöre und mein Leben hat sich regeneriert. Ja, schön. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ah, cool. Dann können wir uns ja hier... umgucken. Wir könnten mal ganz kurz schauen. Von denen müsste ich noch acht killen, um die Notiz zu bekommen. noch fünf. Noch fünf. Noch sieben. Noch einen. Noch einen. noch ein. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. gut dodge. Dann ist das mit der Regeneration, glaube ich, richtig nice. wo ist sie? Wo ist sie? Ja. 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 Es ist halt die Frage, ob wir das vervollständigen wollen oder nicht. Moment. Das war falsch. wo genau haben wir hier diesen Punkt nach draußen gehabt. hier? Ja. Ja. Aber... Ich sehe gerade, dass es... Ach, es ist nur ein Herz. Heilt die Wunde des Trägers mit der Zeit unmöglich zu die Wiederherstellung von der Gesundheit ohne das Fokussieren von Seelen und Goldenerkumpen. Aber anscheinend nur das letzte Herz. Also... Der Heilt... Nicht alle, sondern nur eins. Oder das, wenn ich eins verliere. So. Ups. Was im Endeffekt aber auch nicht schlecht ist. Denn... Ähm... Da tue ich... Ich habe ja trotzdem eine gute Regeneration. Grenze des Königreichs. Nee. Da liegt auf jeden Fall eine Map rum. Aber ich möchte hier erst noch mal ein bisschen weiter gucken. Ich bin da einfach reingelaufen. So. Was ist hier? Ja. Okay. Das ist schon wieder ein komplett neues Gebiet. Ich habe nicht mehr von dem Alten die Map. Nee, nee. 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 Da oben sitzt jetzt gleich was. Da oben. Ja. Ich hole mir erst die Map vom Krunifer. Ja, aber da prall ich hier ab. Das funktioniert so nicht. Da oben ist der Kunifer. Du, 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 du. Da ist gerade irgendwas runtergestürzt. Hallo. Es ist... Ist das nicht ein gemütliches Loch? Ich habe mich in der Wildnis da draußen vorgewirkt und dachte, mir eine Pause wäre jetzt ganz angebracht. Die Landschaft ist recht friedvoll auf dieser Seite der Stadt, aber die Bewohner sind genauso wild wie überall. Das ist plan. Das ist ein tolles Loch. Foto. Inhaltlich. Das ist ganz oben. Das ist ganz oben. Statt der Tränen, statt der Tränen. Aha ja. Und unten ist eine Bank. ein kolossierung der narren interessant super nie flühe oder das sind ihr flühe das sind kasselvania flühe aber eins zu eins diese fluhmänner heißen sie glaube ich die heißen wirklich so die flühe ich warte darauf bis medusenköpfe kommen ja also es wäre kein metroid weniger wenn keine medusenköpfe kommen die was bullshit machen wir gehen erst mal zur bank oder richtung bank da habe ich jetzt zu viel leben verloren hat er das eine lasse ich schnell regenerieren das honig herz der anderen regenere ich selber es fällt sehr interessant zu wissen ob 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 die blauen herzen auch regimen alter mit dir ob die blauen herzen auch regenerieren weil dann wäre es richtig bastet ich muss kurz niesen so dann gehen wir doch mal zur bank und hier beenden wir auch die folge und wir sehen uns in der nächsten wieder leute tschüss haut rein tüdel tüdel ü tüdel 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 tü Untertitelung des ZDF, 2020